Hi, Krati hier. Oh Gott, Alter. Wir haben einen anonymen Kamerad, der ein Kritikvideo gemacht hat. Ich bin gespannt, welche Animefigur mich jetzt auseinander nimmt. Einleitung. Grabenkampf. Oh, es geht um Grabenkampf. Holger Kahl und Argumentationsarmut. Okay, Freunde. Das kann doch nur witzig werden. Ich habe mich schon gewundert, warum die letzten Tage wieder so viele Leute ihre Meinungsäußerung zu mir ein wenig hochfahren. Das wird bestimmt interessant. 19 Minuten. Mal gucken, vielleicht ist es ja vernünftige Kritik. Kann ja sein. Ich bin ja immer offen für Kritik. Ich bin ja wirklich immer offen für Kritik. Und das Video heißt von Dekadenta Radikalität und Radikalisierung. Das ist witzig, weil ich bin radikal. Auf jeden Fall. Hi, Krati hier. Vorweg, ich werde euch im Laufe dieses Videos einen Zusammenschnitt der wohl heftigsten Radikalisierung zeigen, die ich jemals auf YouTube gesehen habe. Und ich bin mir ehrlich gesagt sogar unsicher, inwiefern da justiziable Aussagen dabei sind. Und das meine ich übrigens mit keiner einzigen Silbe satirisch. Und das, obwohl der gute Issam neulich im Rezo-Video unter anderem eine Begründung für eine Lebens... Ich meine, das ist ja voll cool. Ihr könnt mich ja jederzeit anzeigen deswegen. Das ist ja in Ordnung. ...lange Haftstrafe aufgrund eines Gedichtes gesucht hat. Ein Dude wurde mal ursprünglich zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er auf YouTube ein kritisches Gedicht über den König vorgetragen hatte. Ein anderer... Ja, und da wissen wir jetzt gar nicht, was war in diesem Gedicht. Und was ist überhaupt in diesem... Was war der Inhalt dieses Gedichtes? Oder beispielsweise Argumente für 600 Peitschenhebe anbringen wollte. ...äußert hatte, wurde zu sieben Jahren Haft und 600 Peitschenheben verurteilt. Also auch, auch diese Sache. Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Genau, das war das bei dem Moment. Aber ich denke... Was kann man denn sagen, damit man 600 Peitschenhebe verdient? Das ist jetzt mal meine Frage. 600 Peitschenhebe, da muss man erst mal fragen, was der denn so gemacht hat, ne? Das, was wir uns später noch anschauen werden, wird den Murk stoppen. Und ich hab... Ich bin gespannt, weil ich hab noch nie 600 Peitschenhebe gerechtfertigt, ne? Was kann ich denn gemacht haben? Ich hab Holger gemutet. Na gut, ich hab ihn halt auch wirklich gemutet, ne? Ich halte es für wichtig, dass hier Gegenrede angebracht wird. Also, dranbleiben. Feuer auf bei, Bruder, ich bin... I'm ready. Aber mal von Anfang an. In dem Video geht es ja um Radikalisierung. Eigentlich wollte ich erst auf den Podcast Grabenkampf reagieren. Das dann zu Themen wie, ja, Meinungsfreiheit oder Rechtsruck. Für die, die es nicht wissen, der Grabenkampf ist dieses freudige Ringelpiez mit anfassen von Dekaldent, dem radikalen Demokraten, Sally und so. Ja, was auch immer. Und warum das Ding... Und Jasmin, ne? Und den Kluper Twins. Und Dave. Grabenkampf heißt? Absolut keine Ahnung. Ja, weil, kann ich dir erklären. Das heißt Grabenkampf, weil es eben genau das nicht sein soll. Ich hatte das Gefühl, das war der Grundgedanke, dass sich Linke im Internet immer primär gegenseitig zoffen wollen. Und dass man eben mal nicht Ringelpieps mit anpacken macht. Und ich glaube, es ist so nice, ne? So, Linke aller Länder vereinigt euch, wenn man mal eben einfach ein bisschen rumkuschelt und mal einer Meinung ist, ne? Und mal ein bisschen auf Linie kommt. Und dann nennt man das dann eben, ja, Grabenkampf. Weil es ja eben genau das nicht ist. Oder seien es... Nullinhaltliche Debatte oder Auseinandersetzung. Einzige Diskussion scheint es darüber zu geben, wer Linker ist als der andere. Naja, und sowas führt dann halt auch automatisch zu einer selbstradikalisierenden Dynamik. Wir sind, glaube ich, alle schon radikal genug, ne? Also, dass wir... Wir radikalisieren uns nicht weiter gegenseitig. Ich glaube, wir sind schon alle radikal genug, ja. Deswegen sind wir auch im Rahmenkampf, ne? Was ich schade finde, also auch insbesondere für deren eigene Zuschauer. Bei konservativen Creatoren wird doch auch diskutiert. Und wäre das für deren Zuschauer nicht interessant? Naja, sei's drum. Lustig finde ich aber, dass gefühlt die einzige Meta-Diskussion, die da unterschwellig mitschwingt, dann zustande kommt, wenn es darum geht, den einen Typen von Blylo oder jetzt Klupertfins auf Linie zu bringen. Ja, da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie Paul das eigentlich sieht, ob ihm Frauen egal sind oder warum er nicht gendert. Was? Ich versuche so viel inklusive Sprache wie möglich zu verwenden. Das ist doch nur ein fucking Witz, Alter. Maurice und Paul sind gute Freunde. Paul gendert und Maurice hat einen Witz gemacht. Hä? Ich sag zum Beispiel auch Zuschauer und das hat Zuschauer. Und ich glaub halt, dass die auch überhaupt keinen Bock auf Meinungsaustausch haben oder genau diesen Meinungsaustausch sogar bewusst verhindern. Denn will man nicht gerade dann diskutieren, wenn man der Meinung ist, gute oder bessere Argumente und Quellen zu haben? Aber scheint, als wenn das Bly nicht gewollt ist. Erst recht nicht außerhalb ihrer eigenen Bubble. Bestes Beispiel. Oder und ihr wundert euch, warum fucking kein Linker mit Verstand auf sowas eingeht? Hä? Spiele eventuell das damalige Gespräch zwischen Dekalent und Holger von Massengeschmack. Oh, scheiße. Wie kann man bitte seinen Mitdiskutanten stumm schalten, wenn dieser ein Gespräch auf Augenhöhe haben möchte? Er hat Holger gemutet. Ich brauche T-Shirts. Ich brauche T-Shirts. Ich brauche, er hat Holger gemutet. Eieieiei. Ich möchte es in dem Zusammenhang bitte nochmal erklären. Falls die kleine Anime-Figur hier zuhört. Warum habe ich Holger gemutet? Der Grund für das Gespräch. Also warum? Erstmal, das war hundertprozentiges Ego-Gewichse, dass ich überhaupt Holger eingeladen habe, weil der mich provoziert hat auf Twitter. Der hat sowas geschrieben wie, haha, du traust dich sowieso nicht und haha, ich habe die viel besseren Argumente. Und dann habe ich mich getriggert gefühlt und dann habe ich gesagt, nee, Alter, ich kann dir mal zeigen, wie ein kritisches Interview aussieht. Weil ich ihn dafür kritisiert habe, dass er teilweise rassistische Aussagen reproduziert und auch verbreitet hat. Und weil das Gespräch mit Ken Jebsen, das er geführt hat, eben ein bisschen schlecht gewesen ist. Und er hat das ja kritisches Interview genannt. Also habe ich gesagt, ey, ich zeige dir mal, wie ein richtiges kritisches Interview funktioniert. Dann hat das Gespräch begonnen. Ich habe eine Frage gestellt und er hat diese Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Kann man übrigens ganz easy nachgucken. Das haben ja sehr viele, mehr oder minder mittigbürgerliche Kanäle nochmal hochgeladen, das Gespräch mit Holger. Und dann habe ich gesagt, Alter, du stellst dir nicht die Fragen. Das ist ein kritisches Interview. Du beantwortest jetzt erstmal meine. Und dann hat er gesagt, natürlich stelle ich auch Fragen. Selbstverständlich stelle ich Fragen. Und dann habe ich gesagt, nee, Alter, du stellst dir keine Fragen. Wenn ich das will, sprichst du auch gar nicht mehr. Und er hat gesagt, natürlich spielt. Und dann habe ich ihn gemutet. Einfach um zu zeigen, Bruder, du beantwortest hier Fragen. Das Witzige daran ist ja, dieses Muten ging drei Sekunden. Ich habe ein bisschen gelacht. Dann habe ich ihn entmutet und habe seine Fragen beantwortet. Also where's the fucking problem? Das ist brutal unhöflich. Ja, selbstverständlich. Ich bin ein unhöflicher Ficker, wenn ich gegen solche Witzfiguren antrete. Ja, lasse ich mir gefallen. Karl, du bist unhöflich. Ja, mache ich. Ist in Ordnung. Bin ich. Du hast Holger gemutet. Genau, habe ich. Aber das ist ja auch kein, ich meine, das ist ja auch kein gutes Argument, oder? Du hast Holger gemutet. Was ist denn das? Was soll denn das beweisen? Du hast Holger gemutet, ja. Was ist denn in dem letzten Jahr eigentlich passiert, dass du plötzlich so ein Wokker-Mensch bist? Ich habe Videos von dir gesehen von Januar 2020, da ich dachte, ich war von Hocker, wie ich das gehört habe. So was hätte ich nie im Leben von mir gegeben, was du da gesagt hast. Das Problem ist, ich habe damals, erst mal beantwortete die Frage jetzt nicht, was ich führe und du stellst mir keine Fragen, aber ich reiche es ja. Ich werde die Auffragen. Ja, ich habe Holger gemutet. Ich würde es jederzeit wieder tun. Das war sogar, jetzt wo ich es zum ersten Mal nach ein paar Jahren wieder höre, war das sogar absolut gut. Warum entschuldige ich mich eigentlich dafür? Das soll auf ein T-Shirt. Das Ding ist, was da rausgeschnitten ist, ist, dass ich eine Frage gestellt habe. Ich habe eine Frage gestellt und er hat mit einer Gegenfrage geantwortet. Das funktioniert ja auch nicht. Das ist ja auch keine gute Gesprächskultur. Holger Muten ist für mich antifaschistische Basisarbeit. Danke, dass das alles aussagt. Und es wird auch kein Zufall sein, dass der radikale Demokrat ein Rückzieher von einem Gespräch mit Holger gemacht hat. Nee, ist es auch nicht. Ich habe Dara privat geschrieben, wie viele, 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 viele andere auch. Die Namen muss ich jetzt nicht nennen, aber ich war einer davon und habe gesagt, Bruder, der hat eine der schwierigsten und problematischsten Communities, die ich bislang erlebt habe. Nach dem Gespräch mit Holger wurde meine Adresse in Irland veröffentlicht. Meine Schwiegereltern und Eltern wurden gedockst. Es gab Anrufe. Es gab ganz viele unschöne Dinge. Und es gab insgesamt 40 Anzeigen, die rausgeschickt worden sind. Das alles nur, weil ich Holger gemutet habe. Und ich habe Dara gesagt, Alter, sorry, aber ich will mit der Truppe nichts zu tun haben. Ich möchte mit der Person nichts zu tun haben. Ich möchte mit der Community nichts zu tun haben. Und ich halte das Gespräch für eine sehr schlechte Idee. Ich will dir das aber auch nicht verbieten. Die Sache ist nur, wenn du dieses Gespräch führst, wenn du mit denen Gespräche führst, dann ziehe ich mich aus Grabenkampf zurück, weil ich damit nichts zu tun haben möchte. That's it. Das habe ich gesagt. Dann gab es noch ganz viele andere, die Dara geschrieben haben. Und dann hat er sich dazu entschlossen, das Gespräch nicht zu führen, weil er nicht wusste, was da so dahinter steckt. That's it. Fair enough. Aber ich habe ihn gemutet. Obwohl Massengeschmack TV absolut reichweitenstark ist. Was sich ja insbesondere für Dara, also aka den radikalen Demokraten, auch gelohnt hätte. Denn Dara hat ja jedenfalls auf YouTube keinen großen Kanal. Aber da er jetzt bei Dekal Dent and Friends ist, ja, ging das wohl nicht mehr. Übrigens Hashtag meine Meinung, also spart euch die Strommänner. Naja, jedenfalls kam... Hashtag meine Meinung, also spart euch die Strommänner. ...mich dann von einem Grabenkampf-Video auf eine Reaction von Dekal Dent. Denn der hat sich zu einem Video von Leroy Will's Wissen geäußert. Genau. In dem Video waren dann ein Transmensch und ein AfD-Politiker zu Gast. Und was soll man dazu sagen? Dekal Dent war halt richtig getriggert von dem Video. Man hat direkt spüren können, welche Verachtungen diese Menschen stecken. Ja, ja, ja. Ich verachte Neonazis tatsächlich. Da bin ich... Das kriege ich aber auch nicht aus mir raus. Ich werde... Ich habe mein Leben lang Neonazis verachtet. Ich werde auch weiterhin Neonazis verachten. That's it. Nenn das Radikalisierung. Ist in Ordnung. Fernab von dem, was normal sein sollte. Das ist pure Radikalisierung. Ja. Absolut. Pure Radikalisierung. Absolut keinen Zentimeter für Faschismus. Keinen einzigen Zentimeter. That's it. Wenn das die Kritik ist, ja, dankeschön. Schuldig. Hier habe ich dekadent dann übrigens erst mal Hashtag mutmaßlich beim Flunker erwischt. Also, at Fans vom guten Karl, gefällt es euch, angeflunkert zu werden? Oder ist das schon okay, weil es der Ideologie dient? Also, das ist das... Ich weiß nicht, unter welcher Kategorie das öffentlich-rechtliche, das fallen soll. Aber das hat mich einfach brutal schockiert. Überhaupt. Ich habe das vorher noch nie eines von diesen Videos gesehen und ich werde es danach auch nicht mehr tun. Okay. Also, finde ich durchaus in Ordnung. Du hast jetzt laut deiner eigenen Aussage kein anderes Video von Leeroy jemals gesehen. Ja gut. Von dem Format, von der Gegenüberstellung. Das ist ja ein einzelnes Format. Ich habe schon andere Videos von Leeroy gesehen. Kann man jetzt eine Lüge nennen oder auch nicht. Aber ihr seid... Ihr könnt ja entscheiden, ob ihr jetzt diesen Kanal verlassen wollt, weil ich schon mal ein Leeroy-Video gesehen habe. Da hat er mich wahrscheinlich richtig hops genommen gerade. Also, außer das jetzt, mit dem Politiker und dem Transmenschen. Okay, dann wirst du wahrscheinlich auch kein weiteres anschauen. Verstanden. Zwingt dich ja auch niemand. Und flunkern wirst du jetzt vor deinen Grabenkampf heute noch bestimmt auch nicht, oder? Aber, warte mal. Was ist denn das für eine Aussage in deiner Reaction zu Leeroy, die fast zeitgleich mit dem Grabenkampf-Video rausgekommen ist? Zwei Tage Unterschied oder so? Ich habe ein heftiges fucking Problem mit Leeroy als Gesamtkanal. Und ich habe noch nie ein Leeroy-Video hier geguckt und das nicht nur, weil ich das, also nicht, weil ich das nicht interessant finde. Was ich natürlich damit meine, ist, das Leeroy-Video dieser Gegenüberstellung, ne? Also dieses Leeroy moderiert irgendein Video und dann kommen zwei Leute und in Ordnung. Oh, den. So langsam überzeugt er mich. Ja, ich weiß. Es ist wirklich auch, es ist aber auch wirklich eine, jetzt wird hier richtig kritisiert, Freunde. Sondern weil ich ein brutales Problem habe mit dem Kanal von Leeroy. Der Grund dafür ist der folgende und ich will das kurz erklären, weil das glaube ich wichtig ist zu verstehen. Oh, hm, komisch. Danach erzählt Karl, warum der Kanal von Leeroy... Ich habe in Nachhalt gesehen, dass der Grabenkampf vor knapp eine Woche nach seiner Reaction entstanden ist, was das Ganze natürlich noch offensichtlicher macht, als hier gleich dargestellt. Okay, ich bin sehr gespannt. Weil er aus seiner Sicht problematisch ist. Also jetzt ist er auf einmal Doktor in, weiß ich nicht, Leeroy-Logie. Und das, obwohl er ja laut eigener Aussage kein einziges Video des Kanals jemals gesehen hat. Und ja, also grundsätzlich bestehen da ja auch noch Unterschiede zwischen ich habe noch kein Video auf meinem Kanal gesehen und ich habe noch nie etwas von Leeroy gesehen. Das sind... Aber... Ich habe auch schon, guck mal, ich kann dir auch helfen. Ich habe schon sehr, sehr viele Videos von Leeroy gesehen. Wir haben uns diese Straßeninterviews oder diese Interviews, die er mit Einzelpersonen gemacht hat, haben wir hier regelmäßig geguckt vor zwei, drei Jahren. Du hast gelogen und nicht gemutet. Das sind nichts mehr, Karl. Ja, Entschuldigung. Ja, ich habe gelogen. Wisst ihr, ich wollte mich gut dastehen als Linker, weil ich gesagt habe, ich habe das noch nie gesehen. Stimmt aber gar nicht. Ich gucke immer Leeroy und ich bin davon ausgegangen, dass ihr das einfach nicht mitbekommt. Also ich als jahrelanger treuer Fan von Karl, ja, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen verkackeiert und eins muss man Karl... Und ihr nicht, oder was? Der macht das nicht doof, ne? Das wirkt alles vergleichsweise authentisch. Soll ich dir sagen, wann ich aufgehört habe, Leeroy-Videos zu gucken? Ich kann dir sogar das genaue Video erzählen, erklären. Naja, wenn man deinen Aussagen trauen kann, dann hast du nie eins, außer das AfD-Trans-Ding. Nein, nie eins von diesen... Oh Gott, das ist doch auch nicht so schwer zu verstehen. Das ist... Dass man euch alles erklären muss, ihr Dussel. Nie eins von diesen... von diesen neuen Funk-Formaten, wo den Menschen gegenüberstellt und das Ganze moderiert. Oh Gott. Also, muss es ja das gewesen sein, oder, Karl? Das nimmt jetzt hier wirklich doch nicht von dem Großteil dieses Video... Da hat er mit einem Pädokriminellen gesprochen, also einem pädophilen Straftäter. Und der pädophile Straftäter hat von seinen Straftaten gesprochen und Leeroy hat das nicht ver... Nein, nicht das Video. Ich meine nicht das Video. Deine Recherche ist mangelhaft. Deine Recherche ist mangelhaft. Nicht dieses Video, sondern das Video, wo er den Pädokriminellen interviewt hat, in dem Format, was noch lange davor released worden ist, wo er noch gar nicht bei Funk gewesen ist. Jedenfalls nicht das Video gemeint, sondern das, was vor ein paar Jahren mal rausgekommen ist. Do your research. Vernünftig eingeordnet, hat es einfach unkommentiert, ungeschnitten ausgestrahlt. Okay, also zufällig ein Video, was du zu dem Zeitpunkt mit einmal drehen am Mausrad direkt oben erhaschen konntest. Ja und ja, ich hab's wirklich ausprobiert mit dem Mausrad. Oder hatte da jemand aus deiner Community eventuell vorher noch ein paar Scheinargumente vorbereitet, Karl? Also quasi die Argumente vorher im Discord vorgescriptet. Authentisch, deine Zuschauer scheinen dir echt viel wert zu sein. Ich versteh das nicht mal. Hat er das, hat er das zusammengetipselt, aufgenommen und sich gedacht, gefickt oder was? Oh, die, dass Ihr Kartenhaus der Lügen so langsam zusammenfällt. Ich merke das schon mal. Wahrscheinlich heißen Sie nicht einmal Dan Kappa. Vor allem, ist das ein Dussel oder was? Ist das ein Idiot? Guck mal, wenn der einen gibt, Dekadent Leeroy, und er muss halt wirklich nicht mehr machen als das, dann findet er direkt eins, zwei Reaction-Videos von mir auf Leeroy-Videos. Also nach der Denkweise viel einfacher dann noch herausfinden können, dass ich schon mal ein Leeroy-Video gesehen habe, oder? Ich meine, man hätte natürlich dann auch irgendwie sich denken können, dass dieses neue Format gemeint ist, mit diesen Gegenüberstellungen, weil ich das ja noch erkläre. Also ich habe ja dann erklärt, dass ich dieses Format meine, aber naja. Aber es gibt umso mehr Gute von ihm, finde ich. Okay, du findest das Video schwach, ich habe aber andere Beispiele. Was ist mit dem Video, wo ein Fitness-Coach auf Steroiden versucht, seine Scheiße zu verkaufen und eine übergewichtige Frau body shamed? 30 Minuten. Was ist mit dem Video? Was ist mit dem Video, wo irgendein frauenfeindlicher Wichser sexistische du musst dich in alle Löcher ficken lassen Takes bringt und eine Frau, die sich entschieden hat, eben noch nicht Geschlechtsverkehr zu haben, zu diskreditieren? Was ist damit? Oh Mann. Also auch zufällig wieder ein Video ganz oben, ja? Und dann noch zufälliger eins, wo dir das Thumbnail die Informationen gibt, die du brauchst. Und noch viel zufälliger, das vorletzte zu dem, was du zuerst genannt hast. Also welches du ebenfalls gerade vor deiner Nase hast. Karl Ernsthaft, ist dir das nicht zu peinlich? Sorry, ich finde das... Ich verstehe es noch nicht mal. Vielleicht bin ich echt zu bescheuert, aber ich verstehe es noch nicht mal. Karl Ernsthaft, Zange, erklär mir doch was da... Erklär mir... Was... Halt echt hart lächerlich, ne? Wenn du dir, wie beim Grabenkampf ja selber erwähnt, nichts anderes von Leroy jemals angeschaut hast und einfach nur den AfD-Politiker aus der aktuellen Episode kacke findest, dann ist das doch vollkommen okay. Aber warum bitte so ein unfassbar schlechtes Konstrukt dabei aufbauen? Es ist sogar für Menschen, die länger als fünf Jahre in der Schule gewesen sind und sich dann nicht entschieden haben, einen YouTube-Kanal aufzumachen und als Anime-Figürchen zu sprechen, sogar relativ einfach zu verstehen. Ich habe schon sehr viel mehr Videos von Leroy gesehen. Ich habe nur auf meinem Kanal, auf Twitch, noch nicht darauf reagiert, weil ich auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen immer mitbekommen habe, dass dieses Format äußerst kritisch ist. In einer sehr linksextremen Bubble. Die ist super woke. Meine Bubble ist super woke auf Twitter und jedes Mal, literally jedes Mal, wenn Leroy ein Video seines neuen Formats veröffentlicht hat oder veröffentlicht, gibt es eine riesige Explosion und einen Shitstorm in meiner Bubble von Leuten, die sich aufregen, wie kann der das nur machen, wie funktioniert das überhaupt und und und. Ja, that's the reason, warum ich da nie drauf reagiert habe, aber in dem Fall es wichtig fand, dagegen Sprech zu machen. I really don't know. Und ich meine, also jetzt mal, ich finde das ja in Ordnung, dass du versuchst jetzt hier irgendwie so einen Punkt. Ich meine, er nennt mich hier sogar Karl Nocchio. Also ist das alles? Ist das Karl Nocchio? Weil ich im Grabenkampf gesagt habe, ich habe noch nicht auf Leroy Videos reacted, aber, aber doch. Hä? Okay, Ulster, wirklich diese schrecklichen Aufdeckungen haben jetzt dazu geführt, dass mir die Linkelnudeln runtergefallen sind. Wirklich, Karl, du Unmensch, wie konntest du mich uns so hintergehen? Und wo ist mein Kehblech? Karl, das tut mir wirklich leid. Ja, da hat er einen Punkt. Ja, das stimmt. Willst du Leroy jetzt so sehr ans Bein pissen, weil er das Gespräch zwischen den beiden online gestellt hat? Und triggert dich das jetzt echt so sehr, dass der AfD-Politiker einfach weitaus weniger schlimm rübergekommen ist, als du dir das vielleicht erhofft hast? Nein, 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 überhaupt nicht. Also das, das triggert mich überhaupt nicht. Was mich triggert, ist, dass ein Neonazi da eine Plattform bekommen hat. Das, das triggert mich. Und dass die Personen, die das Ganze hat, öffentlich-rechtlich moderieren sollen, keinen, absolut, null Arbeit in Recherche gesteckt hat, um sich über das Thema zu informieren. Das hat mich getriggert. Und Leeroy, der böse Schlingel, ihm auch noch eine Bühne geboten hat, bei der der Politiker nicht wie geil, wie geil rufend rumgegrüllt hat. Und willst jetzt halt deine Zuschauer ganz sachlich und nüchtern darin unterrichten, warum man Leeroy das nicht durchgehen lassen darf. Naja, ich hab, also grundsätzlich muss ich niemanden meiner Zuschauer darüber unterrichten, warum man keine Neonazis-Plattformen sollte. Das, äh, das wissen die alle schon, glaube ich, so. Ja, sorry, das ist halt einfach extrem peinlich, Karl. Und all das nur, weil jemand in einem Diskurs eine Bühne geboten wird, dessen Meinung du nicht teilst. Und das stört dich einfach so unfassbar, dass du jetzt den gesamten Kanal in Verruf bringen willst. Das ist einfach mal Kontaktschuld vom Herrn. Weiß nicht mehr, was Kontaktschuld ist, Alter. Aber ich möchte dir ja weiterhelfen, ne. Getreu nach der Ärztezeile, alles muss man dir erklären, weil du, weil du wirklich gar nichts weißt. Möchte ich dir Kontaktschuld kurz erklären. Kontaktschuld ist, wenn du auf einem Ärztekonzert bist und auf dem gleichen Ärztekonzert ist aber auch Höcke, ne. Aber ihr wisst beide nicht, dass der jeweils andere auf dem Konzert ist. Und da macht jemand ein Bild von der Zuschauerschaft und dann sieht man dich und den Höcke auf dem gleichen Konzert. Und dann kommen die Leute und sagen, aha, guck mal, der ist mit Höcke auf Konzert gegangen und das ist eine Faschist. Das ist Kontaktschuld. Blinde Zerstörungswut. Und das Traurige dabei ist halt, du selber wirst wahrscheinlich nicht mal im Ansatz checken, wie radikal das ist. Doch. Doch, ich bin nix radikal. Aber war ich auch schon immer. Ist auch nix. Ist keine neue Information. Ja, wo wir dann jetzt nämlich auch bei der Radikalisierung sind. Denn selbst so ein Mainstream-Kanal wie der von Leroy triggert BD den Faschismusbegriff. Bei Meinungen gibt es immer die Möglichkeit, darüber zu debattieren, zu diskutieren oder anderer Meinung zu sein. Das ist vollkommen legitim. Und in diesem Fall haben wir keine Meinung, sondern eine Lebensrealität, eine Identität. Und wenn Leroy sagt, wir treffen zwei Meinungen aufeinander, dann legitimiert er, ihnen die Identität abzusprechen. Und das ist hochgradig faschistisch. Ja. Ja. Das hat nichts mit Meinung zu tun oder mit öffentlich-rechtlicher Aufklärungsarbeit, was wir nicht vergessen dürfen, weil das ist öffentlich-rechtlich. Ja, aber hat er recht, der Junge. Da hat der Dicke wirklich recht mit dem, was er da gesagt hat. Das soll dein Maßstab von faschistisch sein, Karl. Nein, das ist faschistisch. Mein Gott. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich, da muss man wirklich fucking alles erklären, oder? Faschismus als solches ist ja nicht vollständig oder nicht. Das ist ja wie bei Geschlechtern. Da gibt es noch eine ganze Menge dazwischen. Und Einzeldinge können faschistisch sein. Verstehst du? Und wenn man Menschen, die Identität abspricht, dann ist das faschistisch. Ja. Ernsthaft? Menschen, die freiwillig miteinander reden, was du tust, ist meiner Meinung nach nur noch räudige Verharmlosung von echtem Faschismus. Das Ding ist halt, du hast... Aber was ist denn ein echterer Faschismus oder was ist faschistischer als anderen Menschen, die Identität absprechen? So, das sollte man... Vielleicht kannst du mir das ja mal in einem anderen Anime-Video erklären. Du hast dich in deiner Bubble einfach nur noch radikalisiert. Und der... Nein, ich war schon immer radikal, Bruder. Ich hab, was meinen Veganismus angeht, hab ich mich in den letzten 14 Monaten radikalisiert. Ne, 15, 16 Monate. 16. Monat jetzt schon. Da bin ich in den letzten 16 Monaten nochmal ordentlich radikaler geworden. Also ich hab nochmal eine neue Stufe der Radikalität in einem anderen Themenbereich übernommen, ne? Momentane journalistisch-mediale Zeitgeist. Der weiß bestimmt auch nicht, was Attitüde ist. Ne, ne, ne. Aber der kann Plattitüden ganz gut verwenden. Das schafft er. Bietet Menschen wie dir einfach keinen Ankerpunkt mehr, sodass ihr euch daran auch nicht mehr repositionieren könnt. Den Satz hab ich gar nicht verstanden. Den muss ich jetzt nochmal hören. Du könntest deine Face kämmt euch ne Anime-Cutze austauschen. Dann könnte man dich auch ernst nehmen. Du. Bruder, ich sag dir eins. Das ist überhaupt gar kein Problem. Für solche Fälle bin ich vorbereitet. Und der momentane journalistisch-mediale Zeitgeist bietet Menschen wie dir einfach keinen Ankerpunkt mehr, sodass ihr euch daran Nun muss man an dieser Stelle wohl bedenken, dass der Video-Aussteller an diesem Punkt in seiner Daseinsexistenz an einen Punkt gekommen ist, wo man an den Punkt kommen sollte, dass er hier strommännisch ein Narrativ des Hasses und der Radikalisierung verfolgt an diesem Punkt, an dem er an diesem Punkt angekommen ist. Wann auch nicht mehr repositionieren könnt Jetzt habe ich den Satz schon wieder nicht verstanden, Alter Kannst du mal aufhören, so kompliziert zu sprechen Du sprichst ja mit einem dummen Linksradikalen Von echtem Faschismus Das Ding ist halt, du hast dich in deiner Bubble einfach nur noch radikalisiert Nein, ich habe meine Bubble radikalisiert Das ist doch der Vorwurf Wenn meine Bubble mich radikalisieren würde Dann wäre es doch gar nicht so schlimm Weil ich habe doch Reichweitenverantwortung Da musst du sagen, dass ich meine Bubble radikalisiere Das wäre dann ein harter Tritt Das ist doch ein viel härterer Vorwurf Wenn du sagst, ey, du schadest damit nicht nur dir selber Sondern der gesamten Gesellschaft So, da kann man ja auch mal ruhig auf die Kacke hauen Und der momentane journalistisch-mediale Zeitgeist Bietet Menschen wie dir einfach keinen Ankerpunkt mehr So, dass ihr euch daran auch nicht mehr repositionieren könnt Das, was ich jetzt zusammengeschnipselt habe Entstammt aus einer einzigen Reaction zu Leeroy So, jetzt können wir uns bitte mal zusammenreißen Weil jetzt werden ein paar Truth Bombs getroppt, Alter Jetzt werden ein paar Nazis Nazis genannt Und ein paar verbale Schellen verteilt, Bruder Let's fucking go! I'm ready for a best of! Kann ich das auch auf meinem Kanal hochladen? Und was du in dieser einen Reaction abgelassen hast Übrigens hat der Nazi aus dem Video schon gesagt Dass er mich schon lange angezeigt hat Und das hat er in einem anderen Reaction-Video gemacht Mit anderen anonymen Nazis Und mit Wie heißt nochmal der Wie heißt der? Ich hab den Namen vergessen So ein Trottel mit dem Hut Corona-Schwurbler Corona-Schwurbler ist glaube ich in Thailand Wisst ihr, wen ich meine? Nee, nicht Holger Auch nicht Drakon Oliver Janich, richtig Oliver Janich Und da haben die irgendwie so ein Video Auf so einer Nazi-Streaming-Plattform gemacht Und haben gesagt Na, was der Karl da gesagt hat Das ist auch wirklich alt Und der wurde dafür auch schon angezeigt Ja, Alter, zeig mich an Mir egal Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Außerdem bin ich mir auch ziemlich sicher Selbst wenn ich das nicht auf Kunstfreiheit schieben würde Bin ich mir ziemlich sicher Dass man den Typen auch einfach legalen Nazi nennen darf Das wird ihn sehr, sehr wütend machen Dass ich jetzt hier so viele Community-Subgifts abkassiere Während ich mir so ein Kritik-Video anschaue Das doch eigentlich mich zerstören sollte Wir müssen weitermachen Ich bedanke mich wirklich sehr Für die ganzen Subgifts Die mit dem grünen Stuhl Auch dir nochmal Vielen herzlichen Dank für weitere Filme Aber wir müssen hier wirklich Ich möchte das nicht noch weiter unnötig in die Länge ziehen Wobei es ist ja das Ende meiner Karriere Hiernach wird mich wahrscheinlich keiner mehr von euch gucken können Es war eine schöne Zeit Wir machen jetzt aber trotzdem weiter Ist so unfassbar So viel Hass So viel Menschen Jetzt kommt Weißt du, das Schlimme ist Das ist ja jetzt quasi ein Best-of Das ist ja Da bezahle ich ja Leute dafür Dass die sowas zusammenschneiden Menschenverachtung So viel Abscheu Hab ich unironisch Bis dato auf YouTube nicht gesehen Noch nie Naja, schauen wir uns einfach mal an Ach ja, ich lass die Zusammenfassung durchlaufen Falls das jemand am Stück haben will Die Reihenfolge ist dabei leicht Ich zum Beispiel Ähm, Lukas Hier, ne Das der Bums wird voll militarisiert Als Best-of hochgeladen Angepasst Aber alles aus dieser einen Reaction Und vermutlich nicht einmal vollständig Weil mir am Ende die Zeit gefehlt hat Also, viel Spaß Erzähl mir, wie es zur Akzeptanz von Menschen beiträgt Wenn ich einen fucking Nazi dahin stelle Und fucking Nazis Parodi zu bieten Dann müsste ich den Neonazi Oder Faschistenschwein Das Argumentum ad naturam Das, wo alle Nazis mitkommen Das ist fucking Nazi-Sprech Das ist einfach nicht natürlich Das ist einfach nicht natürlich Trans Menschen gibt es länger, als es Nazis gibt Nur um da mal ein bisschen Das Ganze richtig zu stellen Die ersten Aufzeichnungen von trans Menschen Sind sehr viel älter Als die ersten Aufzeichnungen von Nazis Hier spricht ein fucking Neonazi Das ist doch keine Meinung Das sind keine unterschiedlichen Meinungen Das ist eine Frau Und ein fucking Neonazi Und ich treffe auch True It's true It's fucking true Und heute packe ich mal jemanden dazu Und zwar Neonazi Und von dem Neonazi attackieren lassen Was? Leroy ist super und du regst dich mal wieder künstlich auf Dass es auch noch Formate mit Meinungsfreiheit gibt So und jetzt bann mich Weißt du was? Du bist mir doch nicht mal den Bannklick wert, Alter Du bist eine lächerliche, kümmerliche Nazi-Sau Wirklich Nazis Ey, deswegen Ich liebe das Können wir das einfach mit Dubstep-Musik irgendwie hochladen? Das ist ja großartig Ich habe ein großes Problem Nazis überhaupt zu plattformen Achso, falls ihr gerade neu seid Das hier gibt es So, so großartige Inhalte Gibt es von mir nur Unregelmäßig geboten Also da muss man schon wirklich Da muss man mich schon wirklich hart triggern Und dass ich so mit den Nazi-Bomben um mich werfe Aber ich mache das Ich mache das gerne Und ihr bleibt gerne dabei So einmal im Monat erwischt man mich dabei Wie eine Bühne zu bieten Oder mit denen zu sprechen Und ja, ich beziehe da Ich sage es jetzt hier AfD-Politiker sind fucking Neonazis Das ist eine scheiß Faschistenpartei Jeder, der diesen Drecksladen wählt Ist ein Faschist oder Faschistensohn Und jeder, der so eine beschissene Deutschlandflagge Auf seinen Billiganzug trägt Der ist sowieso ein fucking Neonazis Und die gehören nicht geplattformt Die gehören boykottiert Die gehören ausgegrenzt Die gehören in irgendwelche Löcher getrieben Ja! Wahre Worte Du bist ein cis-hetero-Neonazi Alter, trans Menschen brauchen nicht dein Mitleid Ganz Menschen brauchen eine Gesellschaft Wo Menschen wie du nicht mehr existieren Ja! Ja! Das ist der fucking Heartspoken Truth, mein Freund Wenn du wirklich mitleidig bist Oder dein Vertie hast Dann gundel dich irgendwo ein Und jetzt halten wir es für eine gute Idee Eine Frau mit einem Neonazi In so ein Format zu knallen Und bei aller Liebe Ich hasse es wirklich So einen fucking Neonazi hier zu sehen Wie er da sitzt Und einen auf respektvoll macht Während er mit einer Frau spricht Die am liebsten töten wollte Und das ist ein fucking Fascho Die wollen dagegen vorgehen Der hat hier nichts zu sagen Ja! Arme Kind, ey Das ist ja ein großartiges Bestoff Alter, und andere Menschen bezahle ich dafür Du musst einfach in einem Haushalt aufwachsen Und dann kommt so ein Kraftsport Neonazi Alter, dein Kind ist damit belastet Dass das ein fucking Neonazi als Vater hat Nazis machen das sehr gerne Auch im Bundestag passiert das übrigens Am laufenden Wann Ist übrigens nicht so eine große Arbeit Also wenn du da ein Tutorial willst Du kannst bei Adobe Premiere Kannst du einfach so eine kleine Audiofrequenz nehmen Also du nimmst dann die Audiofrequenz Wo ich Nazi sage Und dann suchst du einfach den kompletten Das komplette Video Die komplette Audiospur Nach Überschneidung Und dann findest du alle Also das musst du da nicht händisch machen Und dann kannst du ganz automatisiert Immer, wenn ich Nazi sage Das aneinander schneiden lassen Meld dich doch mal bei mir Dann kann ich dir ein Tutorial geben Wie das klappt Das checkt der will Das geht nicht in sein dummes Neonazi-Hörn rein Das versteht der einfach nicht So was geht Ich find's sehr viel witziger Dass du ja jetzt auch Wfx den Namen hast Aber ich weiß Bruder Die Liebe an dich Aber spätestens da Schmeiß ich den Neonazi Doch vor die Tür Gib mir mein Ansteckmikrofon Und verpiss dich einfach Neonazi Raus hier Ganz schnell Der Unterschied ist Dass er Neonazi In einer Faschistenpartei ist Es sei denn Du schenkst ihnen Visibility Indem du sie mit Neonazien So einen Scheißraum stellst Warum sitzt denn du Als straffer Neonazi Da in einem blauen Anzug Und brichtest im ersten Satz davon Dass du Kraftswort machst Niemand auf diesem Planeten Sollte respektvoll mit dir sprechen Niemand Nee Absolut niemand Absolut niemand Hat er absolut recht Du bist ein Fascho Und Neonazi Und Respekt hast du dir Aufgrund deiner Parteimitgliedschaft Einfach nicht verdient Truthbomb Hast du nicht Gibt es nicht Du gehörst angespuckt Von jedem der dich sieht Richtig Nicht den fucking Faschos hier Das alles überlassen Mehr nicht Und wenn du einen fucking Neonazi einlädst Und an den fucking Neonazi Übrigens stabile Aktionen Community Volle Solidarität mit Hannah Stabil Lösch dich einfach Schäm dich einfach Schäm dich Ich will dich nicht Einfeinden Aber ist immer eine Anfeindung Du willst ein Beispiel Alles klar Ich will dich nicht anfeinden Aber für mich bist du ein scheiß Neonazi Und du hast in Löcher getrieben Okay Danke dir Danke dir Demos Kratos Für dieses Best-Off War wirklich Eins der besseren Best-Offs von mir Fand ich Ich kriege Eins der besseren Eins der besseren Best-Offs Übrigens Hier Reft hat doch Antonia hat doch so eine Best-Off-Twitch-Sendung Jetzt demnächst Also Ich würde mich ganz gerne Mit diesem Video Bewerben Als bester Twitch-Kanal 2022 Ne Also Rund 30 Mal Nazi und Neonazi Und sowas Ne öfter Wahrscheinlich sehr viel häufiger Sogar als 30 Mal Daneben Angriffe Faschisten-Zwoin Nazi-Soi Fascho Und so weiter Umgerechnet Auf das 30-Minütige Ursprungsvideo Hast du nun knapp Alle 50 Sekunden Sowas wie Nazi Fascho Neonazi Und so weiter rumgegrüllt Und ich glaube Dass immer wenn die AfD Irgendwo auftritt Oder VertreterInnen der AfD Dann sollte man das noch so Auf alle 20 Sekunden erhöhen Also ich finde Alle 50 Sekunden Ist schon eine stramme Leistung Also dafür kann ich mich Schon feiern lassen Oder Alle 50 Sekunden Ausgerechnet Finde ich schon eine nice Reife Leistung Aber ich glaube Beim nächsten Mal Können wir da noch Einen drauf Also da sollte man Noch einen draufpacken Dazwischen hast du zweimal erwähnt Dass Menschen wie er In Löcher getrieben gehören Genau Karl Was macht man denn mit Menschen Die man in Löcher getrieben hat Was haben denn die Kommunisten gemacht Nachdem sie Menschen In Löcher getrieben haben Ja Genau Was haben denn Nazis Mit Menschen gemacht Die sie in Löcher getrieben haben Ja Genau Das was du hier Vom Stapel gelassen hast Ist so weit weg Von irgendeiner Auch nur ansatzweise Diskutablen Position Das Ich diskutiere auch nicht mit Neonazis Ich will das auch gar nicht Ausdiskutieren Das ist ja der Punkt Schachmatt Ich will das ja auch nicht diskutieren Was mich dein Scheiß An straight up IS Kommunikation erinnert Karl Du wirfst anderen Hass vor Und bist im ganzen Video In deiner eigenen Reaction Das mit Abstand Hass erfüllteste Element Was man sich vorstellen kann Absolut Ich hasse Nazis Ich hasse Nazis Ich hasse sie schon So lange wie ich politisch denken kann Und das wird auch nicht aufhören Ich wurde so geboren Und ich werde so bleiben Bis ich sterbe Wenn du denkst Dass das ein Zerstörungsvideo ist Bruder das ist ein Kompliment Das ist ein Ritterschlag Du redest davon Dass ein Mensch Dessen Meinung du ablehnst Nicht existieren sollte Dass er angespuckt gehört Ja Was verbirgt sich denn hinter Der Mensch sollte nicht existieren Die Ideologie dahinter Ich hasse alles Für das die AfD steht Ich hasse Faschismus Ich hasse Rechtsextremismus Ich hasse Menschenfeindlichkeit Diese Ideologie Die gehört vernichtet Ganz einfach Nicht die Menschen dahinter Und wenn ich jetzt ein Format habe Wo ein Mensch Der diskriminiert wird Weil er ist Wer er ist Hannah Hannah ist eine Frau Und dafür wird sie Angefeindet Jeden Tag Das ist nicht fair Nicht ihre Entscheidung gewesen Und auch nicht vergleichbar Mit meinen Anfeindungen Dem Nazi gegenüber Weil it's a choice for him Du sollst nicht existieren Hinter der Dialektik Dass ein Mensch Wechseln soll Ja Genau Merkst du nicht Dass deine eigene Dialektik Irgendwo zwischen Drittem Reich Und IS stattfindet Und Karl Also grundsätzlich Hätte es sehr viel mehr Menschen Mit meiner Dialektik Während des Dritten Reichs Geben müssen Dann wäre Hitler auch nie An die Macht gekommen Aber dann wäre es auch nicht Das Dritte Reich gewesen Und zweitens Bruder Also bei aller Liebe Aber das ist halt Das wird für mich Nur noch von einem einzigen Fakt Überboten Dass dir dabei teilweise Tausende Menschen zuschauen Einige davon Sogar deine Worte Bejubeln Dich dabei anfeuern Im Gespräch mit Holger Sagtest du noch Dass du als Creator Verantwortung für deine Zuschauer hast Ja und es ist Teil Meiner Verantwortung Nazis Nazis zu nennen Und gegen Faschismus Vorzugehen Und soll ich dir was sagen Das wird auch noch Sehr viel krasser Die Zeiten werden heißer Und ich will dir eins sagen Der Moment Wo ich Wo ich auf meine Community Am stolzesten gewesen bin Wo ich wirklich Sowas von beruhigt Geschlafen habe Und mir gedacht habe Verdammte Scheiße Hier ist was geschaffen Das auf Twitch Bislang Wirklich so noch Nicht passiert ist Weil als meine Community Zusammen mit den Communities Oder weil wir ja Eine große Truppe sind Von anderen linken KreatorInnen Wie Harkon In Leipzig Elsässer Und Höcke Zurückgetrieben haben Das war der fucking Moment Wo ich gesagt habe Jawohl Das ist es Das will ich Das ist genau das Was ich mit Reichweitenverantwortung meine Keine Toleranz Den Intoleranten Wann immer Marginalisierte Leiden Wann immer Faschistoide Gedanken In irgendeiner Form Reproduziert werden Will ich Dass meine Community Aufgeklärt genug ist Zu sagen Bis hierhin Und nicht weiter Keinen Zentimeter That's fucking it Karl Mibi war da Ja Hab ich Mibi hab ich natürlich vergessen Aber es waren ja auch Viele andere da Das ist Das Daran bin ich stolz Dann nimm Diese Verantwortung wahr Ich glaube Du bist dir nicht mal mehr Im Ansatz Im Klaren Wie hart Du dich Radikalisiert hast Und so jemand wie du Setzt sich dann auch noch Mit anderen Linken In den Podcast Und will allen Ernstes Über das Thema Rechtsruck reden Findest du das nicht Witzlos Ist das wirklich Dein Ernst Karl Leute Diskutiert miteinander Anstelle davon zu reden Dass euer Gegenüber In Löcher gehört Nicht existieren Diskutier nicht mit Neonazis Da gibt es auch nichts Zu diskutieren Warum soll ich mit Menschen Diskutieren Die andere Menschen Diskriminieren Aus Gründen Die absolut Keine sein sollten Was hat das Mit Wo ist das etwas Das man ausdiskutieren sollte Diskutieren sollte Oder keinen Wert hat Nur weil ihr es anders seht Und Gegenmeinungen Ihre Legitimität absprechen wollt Und am Anfang Deiner Reaction zu Leeroy Steigst du noch Mit einem vermeintlichen Witz ein Wir sind jetzt noch nicht In dem Bereich Wo dann auch Leute zuschauen Die das ein bisschen Mehr mittig sehen So hier ist die linksextreme Front Die Rotfront ist gerade da Karl Das ist kein Witz gewesen Ich meine das ernst Das ist kein fucking Witz Witzig als extrem darzustellen Das ist kein Witz Darin es eigentlich Nicht zu sein Deswegen war das ja auch Kein Witz He doesn't know Also niedlich Das ist Realsatire Was du machst Nein das ist keine Realsatire Das ist Realismus Während du zum Beispiel Im Gespräch mit Holger Podcasts wie die Honigwabe Als rechtsextrem Oder rechtspopulistisch Bezeichnest Und die Macher Des Podcasts Als Nazis betitelst Die Leute die ich als Nazis bezeichne Das sind Menschen die Die Content Kreatoren Bewusst nicht gegendert In diesem Fall Wie der Vultier Analyse Kaspar Kars Achse Ost-West Diese ganze rechtspopulistische Schiene Rechtspopulist Rechtspopulist Ist nicht Nazi Wenn die rechts Oh Gott Extreme sind Mit dem was sie da sagen Welche Begrifflichkeit Müsste man für Menschen Auf dem rechten Spektrum finden Die so etwas sagen wie du Karl Du scheinst halt nicht mal mehr zu Erkennen Dass das was du bei anderen Als extrem ansiehst Bei dir selber Teilweise um ein Vielfaches Radikaler ist Ich verstehe es nicht Ich verstehe es wirklich nicht Und stellen wir uns jetzt alle mal Deinen Stream mit anderen Vorzeichen vor Also das was du hier abgeliefert hast Von einem politischen Spiegelbild Ja aber das gibt es ja Das ist ja Das ist jetzt eine Hufeisen Olympiade Aber Das gibt es ja Bedauerlicherweise Es wäre Undenkbar Mir fällt Ja es ist natürlich undenkbar Selbstverständlich Aber das Ding ist ja Du merkst ja Dass wir uns gesellschaftlich In die Richtung entwickelt haben Dass progressive Meinungen Auch radikal progressive Meinungen Durchaus Gesellschaftskonform sind Ich sitze hier Und ich zeige mein Bild Mein Klarname ist überall zu finden Ihr dürft mich jederzeit anzeigen Für das was ich hier von mir gebe Und da sitzt ein Anime Füchschen You see the difference Nichts vergleichbares ein Karl ich schätze Ich schätze ja sehr Dass du ein Linksradikaler bist Aber warum musstest du auch Holger muten Das ist eine gute Frage Selbst ein Mix aus Das ist die Speerspitze Das ist die Speerspitze Von 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 bürgerlich mittiger Kritik gegen mich Karl du bist Linksradikal Ja Wow Wow Also dass mir das jetzt mal einer so schonungslos erzählt Das Karl du hast Holger gemutet Du hast Neonazi Neonazi genannt Und du hast nur alle 50 Sekunden Beim nächsten Mal Ich streng mich ein bisschen an Beim nächsten Mal schaffen wir alle 30 Sekunden Das ist ein Versprechen Das ist mein Versprechen an euch Das nächste Mal schaffen wir Das nächste Mal greifen wir alle 30 Sekunden an Das ist die Kritik Karl du hast gelogen Du hast gesagt Du hast dir noch nie ein Leeroy Video angeguckt Aber das stimmt gar nicht Weil ich hab's nicht Also ich weiß nicht warum Aber das wurde Und Du bist radikal Ja Ich stehe radikal für Für das Recht auf Leben Absolut Where's the problem Keine Ahnung Dennis Ingo Schulz Und Abul Barra Wäre dagegen Kinderkanal Tun wir mal so Als hätte Leeroy Weiß ich nicht Ne Treadwife Und nen Linken Oder Moslem eingeladen Und der Radikal Dein böser Stiefbruder Würde darauf reagieren Und im Minutentakt Sowas wie Zeckel Filz Schmutz Da läuft ein Mit der Fackel rum Linksfaschist Kakerlach Ah ok Jetzt haben wir das Bingo abgeschlossen Also Weil es nochmal Sinn ergibt Dass ich das sage Ich habe in einem Hand of Blood Video 2016 Die M-Bombe verwendet Und jetzt kommt ein ganz großer Kicker Sogar noch einmal danach Ne Sogar noch einmal danach Als ich das dann nochmal danach gesagt habe War glücklicherweise Nixterboy dabei Und hat mir gesagt Bruder Also das kannst du nicht bringen Und ich so Hä Aber warum Ich bin aufgewachsen Mit 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 der N-Bombe Das war normal bei mir Das ist absolut normal gewesen Ich komme vom Dorf 80 Einwohner in Das war absolut normal Ich habe Otto Filme geguckt In Otto Filmen Wurde es normalisiert Fucking überall Ich hatte in meinem Leben Bis ich nach Berlin gezogen bin Und das war ganz am Anfang Zu der Zeit Wo ich nach Berlin bin War es normal Ich hatte keinen Kontakt Mit schwarzen Menschen Absolut keinen Kontakt Das hat meine Werte Nicht Nicht verändert Meine Werte waren schon Immer stabil links Aber ich war bei weitem Nicht so woke Wie man das nennt Wie ich jetzt bin Was meine Was meine antifaschistische Einstellung Eingeht War ich schon immer der gleiche Was das Wokeness angeht Da habe ich mich weiterentwickelt Da entwickle ich mich jeden Tag weiter Da werde ich jeden Tag progressiver Und da als ich das gesagt habe 2016 war das Niemand hat mich darauf hingewiesen Niemand hat mir das gesagt In dem Video selbst Das mittlerweile heruntergenommen worden ist Haben alle gelacht Freaks4U war ein linker Haufen Das ist ein linker Haufen gewesen Hand of Blood Einer der stabilsten Einer der stabilsten Content-KreatorInnen Die da draußen rumlaufen Fucking Real Talk Alternativ war dabei Stabile, linke, progressive, menschenfreundliche Ansichten Ich weiß nicht, wer noch alles dabei gewesen ist Aber alle haben gelacht Das war das Highlight Und in den Kommentaren zu dem Video Haben sich da auch drüber gelacht Selbstverständlich war das falsch Es funktioniert nicht Das N-Wort zu benutzen Reproduziert rassistische Diskriminierung Es geht überhaupt nicht Und wenn ich es rückgängig machen könnte Ich würde es sofort rückgängig machen Wenn ich könnte Würde ich dem 15-jährigen Karl Als er angefangen hat Sich für Politik und Gesellschaft zu interessieren Jetzt mit 34 eine Standpauke halten Und würde dem erzählen Was er für ein dummer Idiot ist Und dass er jetzt endlich vegan leben soll Und dass das nicht geht Und das nicht geht Und das nicht geht Und das nicht geht Und das nicht geht Ich habe auch vor 5-6 Jahren Feminismus noch nicht vollends verstanden Ich habe es nicht verstanden Ich habe mich nicht damit beschäftigt Ich habe es nicht verstanden Und ich habe edgy Witze drüber gemacht Erst als ich Kontakt mit Betroffenen hatte Erst als mir Betroffene gesagt haben Wie ihre Lebensrealitäten aussehen Habe ich angefangen mich dafür zu interessieren Und zu begreifen, dass mein Verhalten falsch ist Where's the problem? Where's the problem? Fehler machen alle Menschen Und bei Gott Ich habe einige gemacht in meinem Leben Aber wisst ihr, was der Unterschied ist Zwischen den Fehlern, die ich mache Und gemacht habe Und den Fehlern von ganz vielen anderen Ich stehe dazu Und ich stehe so weit dazu Dass ich mich weiterentwickele Und mit meinem Verhalten Mit den Dingen, die ich tue Dafür sorge Dass andere diese Fehler nicht mehr machen können Oder nicht mehr machen That's the fucking difference Ich bin offen mit meinen Fehlern Und ich habe als Max mich gefragt hat Vom Management Und das ist Wie lange ist das her? Ich weiß es nicht Das war drei, vier Jahre ist das her Da war das noch nicht Da war das noch nicht in der Runde Dass ich da die Endbombe bin Das Video war immer noch online Das Video wurde offline genommen Nachdem ich mit Holger gesprochen habe Nachdem ich mit Holger gesprochen habe Haben Rassistinnen Haben Rassistinnen Die in ihrer kompletten Twitter In ihrem Gesamtauftritt auf Twitter Nichts machen Als ausländerfeindliche Witze Antisemitische Witze Und andere Ekelhaftigkeiten zu verteilen Mich und andere dafür kritisiert Die Endbombe benutzt zu haben Die haben Instinct angeschrieben Die haben Hand of Blood angeschrieben Die haben all meine Sponsoren angeschrieben Was die übrigens immer noch machen Erst letzte Woche hat Greenforce Hat Greenforce ein Gespräch führen müssen Weil irgendwie 15 Kekos den geschrieben haben Wollt ihr eigentlich wirklich mit einem Rassisten wie Karl zusammenarbeiten? Und dann musst du das erklären Gut, Adapt und Vagdog sind dann ein bisschen cooler Vagdog hat mir geschrieben Bruder, da haben irgend so ein paar Trottel Hat uns geschrieben, dass du ein Rassist bist Da haben wir einen Klick auf deren Profile gemacht Und haben gesehen, was das für eine Gruppe ist Kannst du das kurz erklären, worum es geht? Und soll ich ja was sagen? Das habe ich schon vorher gemacht Ich gehe mit meinen Fehlern so offen um Dass Firmen, mit denen ich zusammenarbeite Über meine Kontroversen informiert sind Ich informiere die nicht darüber Ich informiere die nicht darüber Dass ich Holger gemutet habe Aber das ist in meinen Augen auch keine Kontroverse Was Kontroversen sind, für die man mich angreifen kann Ist mein ekelhaft sexistischer Auftritt Wo ich befeuert habe Dass Frauen objektifiziert werden Das ist vor vier Jahren passiert Vor vier, viereinhalb Jahren Da habe ich Mirella in einer ekelhaften Reaction In einer wirklich ekelhaften Reaction Komplett durch den Kakao gezogen Und habe die Community dazu angestimmt Das ebenfalls zu tun Dann war ebenfalls in dem Zeitraum Kaya-Kaya-Talk-Reactions Zwei Stück, die ich gemacht habe Die unter aller Würde gewesen sind Ich würde nicht sagen, dass ich inhaltlich mit denen Da übereinstimme mittlerweile Aber die Art und Weise, wie ich darauf reagiert habe War absolut ekelhaft Ich habe Pamela Reif-Videos in Pausen abgespielt Ich habe Toilettenpausen gemacht Und in den Toilettenpausen Habe ich in klassischen Monte-Style Pamela Reif-Fitness-Videos abgespielt Das habe ich drei Tage gemacht Bis mich Zuschauerinnen darauf aufmerksam gemacht haben Was das eigentlich soll Und nach drei Tagen ist es eingelassen Also das werdet ihr nicht mehr finden Weil es nur drei oder vier Tage gewesen sind Das sind Dinge, für die ich mich schäme Das und vieles andere Aber wisst ihr, wie ich damit umgehe? Ich verarbeite es Und ich werde besser Ich werde besser Und ich versuche Ich versuche mich jeden Tag zu bessern Ich versuche jeden Tag dazu zu lernen Und ich kann euch garantieren Wenn ich das, was ich jetzt hier gerade sage In zwei Jahren höre Ist es gut möglich Dass ich schon wieder wo ganz anders stehe Where's the problem? Menschen entwickeln sich Menschen verändern sich Menschen machen Fehler Und soll ich dir was sagen? Meine Fehler sind bei weitem Bei weitem nicht so gravierend Und bei weitem nicht so schwer Wie ganz viele andere Dinge Ich war im Herzen schon immer Ein stabiler Linker Ich habe schon immer antifaschistisch gearbeitet Schon immer Schon immer politisch progressiv gewesen Absolut keine Ahnung gehabt Von den identitätspolitischen Bereichen Keine Ahnung gehabt von Identitätspolitik Von Politik für Marginalisierte Für Diskriminierung von Marginalisierten Noch nie wirklich Bezug zu gehabt Aber Menschen entwickeln sich Und wenn das die Vorwürfe sind Wenn das die Kritik ist, die ich komme Mein Gott I'm happy Ölauge Was auch immer krakehlen Dem würde das SEK Die Tür noch während des Streams eintreten Und ernsthaft Karl Wie tief dein Hass Deine Abneigung Deine Radikalität Hier zum Vorschein kommen Zeigt sich ja unter anderem auch darin Was in deinem Kopf passiert Wenn du dir die Gedankengänge Derer vorstellst Die du als Nazi bezeichnest Und bei aller Liebe Ich hasse es wirklich So einen fucking Neonazi hier zu sehen Wie er da sitzt Und einen auf respektvoll macht Während er mit einer Frau spricht Die er am liebsten töten wollte Was für eine unfassbare Und widerliche Unterstellung Mal ernsthaft Das kannst du doch nicht Wirklich glauben oder? Doch das tue ich Ich weiß dass du drüber hinwegkommen wirst Du hast ja die Honigware Bei der du regelmäßig auftreten kannst Kann man sich wieder über ein paar Ausländer lustig machen Begrüßt ihr euch eigentlich hinter der Kulisse mit Sieg Heil Oder macht man das ein bisschen anders bei der Honigware Ja das kommentiert sich ja selber Was du da jetzt vom Stapel bist Wenn deren Podcast Auf deinem Level der Dialektik wäre Dann müssten sie über Stunden Dinge sagen Die ich jetzt bewusst nicht erwähne Damit ich mich nicht strafbar mache Was eigentlich schon für sich alleine sprechen sollte Wo sind denn die ganzen Anzeigen dann Freunde Dann zeigt mich doch einfach an Zeigt mich doch einfach alle an Dass ich Nazis hier Nazis nenne Really Aber das Traurige daran ist ja Ich kann dir nicht einmal alleinig die Schuld daran geben Wie hart du abgedriftet bist Schön dass man als Linker nicht Dogwhisteln muss Ja ist halt einfach so ne So als Linker hast du immer noch die Möglichkeit Das Kind beim Namen zu nennen Das funktioniert Denn du Karl Du bist auch nur ein Symptom Eines komplett aus dem Ruder gelaufenen Obertenfensters Gerade weil insbesondere in den Medienhäusern Jegliches Gleichgewicht verloren gegangen ist Und das Beste Wir brauchen natürlich auch Gleichgewicht Zwischen progressiver, menschenbejahender Politik Und Nationalsozialismus Wenn da, wenn da medial kein Gleichgewicht gehalten wird Mein Gott dann kommen solche Schweine wie der Karl da raus Ihr seht euch selber ja nicht einmal als radikal Doch Doch Sprach mich doch einfach Karl bist du linksradikal? Ja Das ist kein Witz wenn ich das sage Ich meine das ernst Sondern als eine vernünftige und notwendige Stimme Ja Es ist vernünftig und notwendig linksradikal zu sein Absolut 100% Schon immer gewesen Wird auch immer so bleiben Aber mal ernsthaft Wenn beispielsweise eine Bosetti Bezahlt von der Allgemeinheit Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Davon spricht Dass ihre politischen Kontrahenten mit Blinddärmen gleichzusetzen sind Blinddärme Die nicht essenziell für das Gesamtsystem sind Und naja Was macht man denn mit entzündeten Blinddärmen? Ausschneiden Genau Nazis sind das Krebsgeschwür unserer Gesellschaft Und sie sind die Chemotherapie Oder wenn über die Tagesschau offen darüber geschrieben wird Dass konträre Positionen als rassistische Ratten bezeichnet werden Die man in ihre Löcher zurückprügeln sollte Und final Content Creator wie Dukal Die unter Zurufen von Hunderten davon reden Menschen in Löcher zu treiben So wie einst Kommunisten und Nazis das mit ihren Feinden gemacht haben Wenn das alles nicht radikal ist Dann will ich nicht wissen Was erst in euren Köpfen vorgeht Sobald ihr euch wirklich radikalisiert habt Ciao That's it That's it Ja nach dem Video ist ganz ehrlich auch meine Karriere beendet Muss ich sagen Können wir jetzt nichts machen Ich würde mich ganz gerne verabschieden Freunde Ihr seid der Grund warum ich das mache Ihr gebt mir jeden Tag Ihr gebt mir jeden Tag ein Stückchen Glauben An unsere Gesellschaft zurück Ohne euch könnte ich das nicht so machen wie ich es tue Ich liebe euch wirklich Und zwar nicht jeden Einzelnen als Individuum Weil das wäre cringe Sondern als Gruppe Als Ideologie Für das für das ihr steht Für das für das wir stehen Und wenn das die Kritik ist die wir bekommen Als Gruppe Für das was wir tun Mein Gott Hat einen Grund warum ich mir die Scheiße nicht gebe Ciao